Guten Morgen, hier ist Ronja. Wir machen heute den langversprochenen und ewig nicht abgefilmten Kätzchen-Blog. Es tut mir leid, okay? Ich habe gefühlt zehnmal angefangen, aber dann habe ich irgendwie immer vergessen, den Tag fertig zu machen. Das heißt, ich habe ungefähr 15 Videos mit, oh, guten Morgen, heute machen wir den Kätzchen-Blog auf meinem Handy und das ist kompletter Quatsch. Und ich sehe auch voll anders aus im Video und dann, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was meine Mission da war, okay? Ich habe es nicht hingekriegt. Jedenfalls, heute ist, jetzt ist tatsächlich Morgen, das heißt, ich habe jetzt noch mal eine neue Chance zu filmen. Es ist, glaube ich, 8 oder so was. Es ist tatsächlich, es sieht hell aus im Hintergrund, aber es ist einfach nur bewirkt. Ich habe auch gerade, wie man vielleicht sieht, im Bett gefrühstückt. Ich habe meinen Tee noch nicht, aber mein Tee ist auch leer. Schade. Jedenfalls, ich habe gerade gefrühstückt, habe mir mein Gesicht gewaschen. Ich muss jetzt noch Zähne putzen. Die Kätzchen kriegen tatsächlich gerade nicht, oh, lass das mal aufstehen. Die Kätzchen kriegen tatsächlich gerade nicht so viel Essen. Voll im Grund. Tuck dich mal, Tobi, ja. Tobi! Mein Mitbewohner und ich nennen ihn momentan liebevoll Chonky, weil er ein bisschen dick geworden ist. Ein bisschen dick geworden. Er ist ein bisschen dick geworden. Er muss jetzt auf eine Diät gehen. Er kriegt jetzt nicht mehr drei Portionen am Tag, sondern zwei Portionen am Tag. Beziehungsweise drei kleine. Die gehen schnurrt. Ja, guten Morgen. Sie hatten schon ein bisschen Frühstück. Ich hatte noch Barf übrig. Äh, ein bisschen. Sie sind leer. Das heißt, den Rest des Tages müssen sie leider nassfrutter kriegen. Aber das kann ich ganz gut portionieren. Dann hatten sie jetzt heute noch so ein bisschen was Gutes. Ich glaube, sie hatten Rebhuhn-Taube. Wenn deine Katzen besser essen, dann ist sie selber. Feels good, man. Jo, wir schmusen meistens morgens ein bisschen. Normalerweise kommt er ins Bett gesprungen. Hat er aber schon gemacht. Hab ich verpasst. Hab ich nicht gefilmt. Was machst du nicht? So. Jo. Haben wir verpasst, gell? Jetzt hat er eine Fruchtpflege gesehen und will sie fangen. Sag mal hallo. Sag mal hallo. Nee. Nee, er hat die Fruchtpflege. Was richtig lustig ist, ich hab... Oh Gott, ich sehe furchtbar aus. Ich hab so wenig Schlaf gehabt. Ich muss heute zu einem Termin. Deswegen bin ich so früh aufgestanden. Nicht wundern. Ich hab gestern meine Klausur geschrieben. Bin so froh, dass ich die Feinde nicht hinter mir hab, gell? Die war auch irgendwie. Da bin ich sieben Uhr morgens aufgestanden. Das war... Das war die pure Hölle, weil ich sonst immer so gegen elf aufstehe. Aber was ich sagen wollte. Ich hab heute einen Termin um zehn in einer Stadt, die ungefähr zwei Stunden Bahnfahrt weg ist. Das heißt, wir müssen... Wann müssen wir los? In einer halben Stunde müssen wir los? In einer halben Stunde müssen wir los. Aber das geht noch. Ich hoffe... Ich hoffe, ich krieg das hin und verpasst das nicht. Ich wollte noch kurz meine andere Katze begrüßen. Und zwar... Hallo Nala. Hallo Nala. Hallo Nala. Sie schläft aus irgendeinem Grund richtig, richtig, richtig gerne in diesem kleinen Transportkörbchen. Was ich eigentlich geholt hab, damit jede von den Katzen ein Transportkörbchen hat. Er hat einen richtigen Korb und sie hat so ein lockeres Ding. Und sie mag das voll gerne. Und ich hab sie gestern... Keine Ahnung. Gestern hab ich's halt zugemacht und sie ein bisschen rumgetragen, damit sie sich dann gewöhnt. Mir Leckerlis gegeben und sowas. Am Anfang war sie sehr konzernt, aber dann am Ende hat sie es nicht gestört und jetzt schläft sie wieder drin. Also ich kann sie jetzt nicht so traumatisch gefunden sein, aber das heißt, sie gewöhnt sich da drin. Das heißt, wenn sie mal zum Tierarzt muss, ist nicht so schlimm. So. Also, ihr hättet gerne noch eine Portion Frühstück, nehme ich an. Das gibt's aber nicht. Ich geh jetzt Zähneputzen und dann sehen wir uns wieder. Sie haben sich gerade vom Klo geschubst. Hallo. Das ist crazy. Also manchmal schubsen sie sich einfach, manchmal kämpfen sie. Manchmal sieht's aus, als ob sie kämpfen. Und dann ist schon wie so, oh wir kämpfen, ich bringe dich um. Und dann putzt sie aber. Also am Anfang weiß ich, dass sie, glaube ich, schon haben, aber danach putzt sie ja so alles. Okay. Oh, du bist friedlich. Ja. Ja. Du bist ganz friedlich ins Liebfleisch hin. Alles klar. Ist nicht so, als ob ich die Badezimmertür gerne zumachen würde. Besser als wenn du im Waschbecken liegst. Ist besser als wenn du im Waschbecken liegst. So, das waren wirklich der Jovi aus der Ecke. Aus Gründen, die keiner versteht. Ich hab noch, lass mich mal kurz nachgucken. Ich hab noch grob 20 Minuten, bis meine Waren fährt. Das heißt, ich sollte wenigstens irgendwas anziehen, was nicht mein, keine Ahnung, Schlaftop ist. Das heißt, wir werden jetzt mich umziehen und mich potenziell wenigstens gegen meine Augenringe schminken. So, Augenringe sind semi-weg. Jetzt seh ich auch was mit der Brille. Ich mein, ich seh auch sowas. Ich bin nicht blind, blind. Aber es ist, meine Augen, ein bisschen scharf und dies, das. Jetzt, frag ich vielleicht doch nicht, was machen wir jetzt? Jetzt ziehen wir uns an und dann gehen wir raus. Was für ein eignisreicher Tag. Ah, nein, dann gehen wir fahren mit der Waren. Zwei Stunden. Was für ein Spaß. Ich höre, wacht mir mit Bewohner gerade auf, dass es gut ist, dann sind die Katzen nicht alleine und traurig, weil die sind gerade sehr am Pöbeln. Und Tobi hat die ganze Zeit gerade mit der Haut, aus Gründen selber. Jetzt wird das Bad noch zugemacht, damit ich nicht die ganze Zeit im Waschbecken campen. By the way, das ist die Tasche von meinem Bewohner und die liegen da so gerne drauf. Normalerweise, ohne Mist, wenn man ihn im Flur trifft, ist das normalerweise, wenn er auf der Tasche liegt und dann, ich habe so einen Mantel. Den fetzt er gerne mit dem Mantel. Das ist so sein Ding. Ich weiß auch nicht, warum ihm das so Spaß macht, aber macht er gerne. Und er blockiert halt, also, er blockiert halt gerne, wenn du gehen willst. So. Ähm, ich habe aber mehr oder weniger alles. Ich brauche noch Schlüssel. Das heißt, ich habe alles. Du blockst die Tür. Klassiker. Und dann gehen wir jetzt los. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Bahn. Sorry für den Hintergrundlärm, ich hoffe, man hört sich allzu extrem. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die das Problem hat. Aber ich vergesse immer, rechtzeitig loszulaufen. Und bin so, ach, ich habe noch Zeit, ich habe noch Zeit, ich habe noch Zeit. Ich habe meistens nie Zeit. Und dann verpasse ich oft meine Bahn ganz, ganz knapp. Beziehungsweise muss dann das letzte Stück hier wirklich sprinten, damit ich noch zu meiner Bahn komme. Das Einzige, wo ich nicht so bin, ist bei Klausuren. Ich bin gestern, ungelogen, welche Klausur geschrieben habe. Ich war um kurz nach neun, glaube ich, da. Und wir durften neun Uhr fünfzig in den Raum. Das heißt, ich saß noch für dreiviertel Stunde vor dem Klausurenraum und habe einfach gewartet. Beziehungsweise, ich habe gelernt. Ich bin sehr froh, dass es so früh ist, weil hier sind ein paar Menschen. Das heißt, ich fühle mich nicht allzu komisch, wenn ich mit meinem Handy rede. Ich rede in der Bahn nicht, nur, dass euch das klar ist. Falls ihr euch jemals fragt, warum kriegt ihr keine Bahn-Videos, wenn ich vlogge. Ich weiß nicht, ich kann das durch. Ich kann das nicht, wenn ihr Leute zuhören. Das ist irgendwie ein bödes Gefühl. Naja, gut. Ich bin gleich da. Irgendwie die Menschenmengen werden auch schon wieder mehr. Das heißt, wir sehen uns nachher. Er hat Hunger. Also, meine Katzchen kriegen normalerweise. Und ich meine wirklich normalerweise eigen, selbstgemachtes Futter. Also Warfzeug. Aber, weil man, man muss da so Supplemente, Vitaminpulver reintun. Und mein, es ist gerade leer gegangen. Deswegen, ich habe mir tiefgeschrankt. Moment, ich zeige es euch. Ich habe mir tiefgeschrankt mit einem Haufen so Katzenfleisch und sowas drin. Aber ich kann es nicht machen, weil ich das Vitaminzeug nicht habe. Deswegen musste ich heute zum Aldi fahren. Und Notfall-Katzenfutter kaufen. Okay, deswegen kriegen sie jetzt Geflügel geschnetzelt. Aber das ist auch ohne Getreide. Jetzt ist es nicht so schlimm für sie, schätze ich mal. Das ist als Trockenfutter. So, wie man vielleicht sieht, sind die Katzen hochgesprungen. Weil sie dachten, es gibt Essen hier oben schon. Weil sie das gerne aus der Packung fressen. Weil, Crazies. Und, äh... Halt ihr Hunger? Halt ihr Hunger? Hier. Sie ist noch ein bisschen ängstlicher beim Springen. Deswegen nimmt sie den Weg über die Heizerung. Das ist übrigens ein Trinkbrunnen. Der läuft gerade nicht, weil ich gerade keine Filter dafür habe. Ich merke gerade, dass alle meine Sachen gerade leer gehen, bevor ich das Video mache. Läuft gut. Und, ähm, wie gesagt, ganz nur Frühstück. Danach bin ich meistens erstmal weg. Momentan eher Lernen, im Normalfall Uni. Und dann kriegen sie Mittagessen. Eigentlich beschäftigen sie sich viel alleine. Wir sind hauptsächlich abends zusammen und schmussen und sowas. Ich nehme jetzt noch ein Video auf. Ich nehme jetzt noch ein Video auf. Ich nehme jetzt noch ein Video auf. Ich nehme jetzt noch ein Video vor. Und dann Vielen Dank.